Mit welchen Nachrichten kannst du bald rechnen? Hier handelt es sich um eine Nachricht, die mitteilt, dass etwas ist ein Verlust, etwas als Ärgernis, Ärger. Und da stattfindet irgendwelche positive Veränderungen, vielleicht etwas, womit du nicht gerechnet hast, oder auch, dass es nicht so schlimm ist, wo du dir vorgestellt hast. Daraus wird es sein, dass es die Kommunikation noch immer nicht wirklich sehr spruchreif sein wird. Also möglicherweise bekommst du Nachricht, dass es da was machbar ist, aber was und wie ist nicht ganz klar. Es ist geheim und nicht spruchreif. Es wird dir geraten in diese Situation, sprich mit deinen Herzensmenschen. Wende an ihn. Vielleicht geht es auch um eine männliche Person. Der kann dir einen guten Rat oder einen Poiss geben oder auch Idee.